Wir sind Familie Lim. Emily Lim, also ich. Daniel Lim, mein Mann, der ist drei Jahre jünger. Und Jimmy Lim, unser Söhnchen, ein Hund eigentlich. Jimmy ist vier Jahre alt, glauben wir zumindest. Man weiß halt nicht genau, wann er geboren wurde. Das ist aber meistens so bei Straßenhunden. Ich werde den Moment nie vergessen, als er vor mir zum ersten Mal mit dem Schwanz gewedelt hat. Das war mitten in der Nacht. Er hat geglaubt, dass ich eingeschlafen wäre und ihn nicht sehen könnte. Und erst dann hat er gewedelt. So heimlich, so leise. Ja, so ein Hund ist Jimmy. Und wer ist mein Mann? Daniel ist wohl der... Daniel ist wohl der vielschichtigste und interessanteste Mensch, den ich je gesehen habe. Seine honigblonden Haare, seine dicke Brille, sein schichternes Lächeln erwecken so einen ersten Eindruck, dass er total harmlos ist. Aber er ist viel mehr, als seine Aussehen vermuten lässt. Daniel hat Mathematik und Philosophie studiert und seit kurzem ist er berufstätig. Er ist nicht nur mein Ehemann, sondern mein bester Freund, mein Liebhaber, mein Tanzpartner. Er ist einfach ein schönes Gesamtpaket von allem, was ich mir so wünschen kann. Aber bitte, Schatz, nicht zu viel rumalbern, ja? Hanji maa! Hanji maa! Hei yo, hei hanji dunante! Zu guter Letzt, ich, Emily. Einfach neutral bleiben. Ich kann ich nicht. Ich bin so toll! Zu guter Letzt, ich, Emily. Ich werde im Januar 33 Jahre alt. Eine Schnapszahl. Ich bin gelernte Politikwissenschaftlerin, habe aber auch viele andere Leidenschaften, unter anderem YouTube. Und ich schreibe auch Bücher zum Deutsch lernen. Auf der Reise in mein neues Leben in Deutschland und zu meiner eigenen Familie habe ich viele Momente mit euch auf meinem Kanal geteilt. Danke, dass ihr dabei seid. Ich freue mich auf unsere weiteren Jahre. Eins, zwei, drei... Frohes neues Jahr! 11. 2. 2. 3.